So, also ab heute bin ich krank geschrieben. Das bedeutet, ich lasse es mir besonders gut gehen. Also ich gehe gleich zum Arzt, davor wird erstmal schön geschmaust. Wenn meine Arbeitskollegen irgendwann mal dieses Video entdecken sollten, dann schaut euch an euch, ihr Eselficker. Und ja, ich habe euch lieb. Heiliger Fick. So, also ihr meint, dass der Inkognito Tiere quält. Ah, Junge, seht ihr diese perfekte Spinne? Ah, Junge. Ja, das ist der feinste Suff und dieser Mann würde die Scheiße jetzt echsen, der Seib, der kneift und deswegen... Was? Nee, das ist absolut ekelhaft. Natürlich ist das ekelhaft, aber das geht ja nie um Geschmack, oder? Okay, guck mal. So, ich... Ich werde diese erste Flasche jetzt öffnen. Warte mal, öffnen wir alle auch am besten. Man muss dieses knacken hören, sonst unterstellt man mir wieder. Hier gibt's kein Knacken. Oh Gott, 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 Alter. Aber und hier ist es echt grün. Na ja, einfach... Alle vier auf immer, oder so, gell? Komm, und der nächste? Gut, vier auf immer. Sehr gut. Die beten doch eh mal los. Sehr gut. Junge, ich habe nie alles verkippt. Sehr schön. Und die letzte, komm. Wie geht's dir jetzt damit? Ja, ich mache noch nichts. Doch jetzt schon. Na ja, ich habe einen Pfannen sammelt. Muss man natürlich auch mal idyllische Momente genießen. Ja, das ist hier das Publikum, einer wunderschönen Tat. Oh Junge. Der Handikant hat mindestens zwei Meter geschnitten. Ja, der muss sich noch weiterschleifen. Ja, Schiemens, Junge. Jetzt setzt er sich einfach dazu. Ach, das ist die gute Neustadt. Ja, ich habe es. Ja. Na ja. Schiemens. 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 Der reagiert einfach nie. Junge. Junge, schreist aus. Das ist doch Schiemens, der da einfach rumliegt. Das soll das. Oh, die Oma, ey. Wollen wir das mal machen? Wenn die sich küssen, einfach unsere Zunge, wie ich denke. Ohhhh. Junge, das Brot, das ist völlig verkohlt. Das ist kein Brot. Ich habe Hunger. Das ist heiß. Nein, nein, nein. Ich mache das scheiß Brot kaputt. Warte, warte, warte. Lass mich das wegziehen. Das Lämpers Brot. Was machen wir jetzt mit dem scheiß Brot? Da können wir auch was reinstopfen. Ah, das ist ja hohl. Na klar, das soll. Ich schmeiß das doch, was sie landen. Brot für die Welt. Junge, ihr fress das. Das ist doch Prebs. Danke schön. Das ist nicht Haram. Ja, ich weiß, aber danke schön. Junge, das macht mich komplett fertig, Alter. Das sieht aus wie so ein Tumor. Das ist so lange. Die schmausen das einfach. Das gibt es doch nie. Ich hoffe, es ist Krebserregen. Naja, ich schaffe es auch. Junge, jetzt kommt der an. Jetzt kommt der Ski-Menschen wieder. Wie schön den einfach. Das ist der Typ, den ich stroatisch gegeben habe. Ja, ja. Dass ich Metin saufen wollte. Ja, komm dir mal her. Ja, komm dir mal her.